So, jetzt ist die Aufnahme gestartet. Ich werde mal den Anhänger anstellen. Ich fahre mit XRS 06 und CFD Reifen. Es wird jetzt ein erster Versuch, ob der Bildausschnuppe überhaupt flach ist. Die Kamera ist auf einem selbstgebauten Anhänger montiert und die läuft bei den Zentimeter sehr gut so oft. Die Stücke anschnallen. Das wird eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Aber man muss es mal versuchen. Ja, jetzt wird wieder irgendjemand abgehend. Das ist ein Haus. Das ist ein Haus. Das ist ein Haus. Das ist ein Haus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt geht's auf die erste Abfahrt. Jetzt geht's auf die nächste Abfahrt. Jetzt geht's auf die nächste Abfahrt. So, hier werde ich mal anhalten, um zu kontrollieren, dass die Abfahrt ist. Ob die Aufnahme überhaupt was geworden ist, etwas brauchbar ist. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich ist es stark verwackelt. Jetzt geht's auf die nächste Abfahrt. 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 Jetzt geht's auf die nächste Abfahrt.